Was für eine grandiose Tänzerin! Diese Haltung, dieser Gang, diese präzisen Bewegungsabläufe im Showtanz, eine einzige Augenweide und ihre Füße erst diese formvollendeten Endstücke professionell trainiert, um Höchstleistungen zu verbringen. Die beiden zeichnen mühelos kreisende, schleifende, ziehende, wedelnde, gar wischende Bilder aufs Parkett, die die Kalkanova passend zur Musik gekonnt ergänzt, durch rhythmisches Tippen, Kippen, Knicken und Kanten ihrer Füße. Wer seine Füße derart in den Mittelpunkt stellt, so meine Überlegung, muss ein ganz besonderes Verhältnis zu ihnen haben. Und so quält mich in meiner gewöhnlichen Fantasie die Frage, ob sie ihre Füße tatsächlich als eigenständigen Körperteil betrachtet, abgekoppelt von den anderen eher unwichtigen, mehr störende als nutzbringende Anhängsel des Restkörpers. Kurzum, erfahren die Füße der Eleonora Kalkanova eine Sonderbehandlung? Werden sie zum Beispiel intensiver gepflegt als der restliche Körper, etwa durch Olivenölpackungen, Lavendelschwitzkuchen, Stuhlmilchmassagen etc. Und plaudert sie innig mit ihren Füßen? Fühlt sie sich partnerschaftlich mit ihnen verbunden? Speziell wenn der Tag ihnen Abend übergeht? Erfährt der Mann an ihrer Seite, sofern eine Duldung möglich ist, zärtliche Liebkosungen und sanfte Ganzkörper-Streicheleinheiten durch ihre rosig-samtweichen Fußsohlen, sofern er ihnen ausgiebig huldigt? Und werden die Füße des Nachts in einer Art Humidor abgelegt, bei einer nach Jasmin duftenden Luftfeuchte von konstant 60% gedämpftem Licht und klassischer Musik? Ist die Kalkanova eine Fußfetischistin oder stellt sich ihre Fußarbeit alleinig aus Gründen des Marketings in den Mittelpunkt ihres Tanzes gewissermaßen als Alleinstellungsmerkmal, um Interessierte in die Workshops zu bekommen? Ob das Nutzungsversprechen Grundlage eines Workshops auch eingelöst bzw. umgesetzt werden kann, steht auf einem anderen Blatt und können eher die Folgenden beurteilen. Mich als Führender jedenfalls würde eine Tanzpartnerin nerven, die ständig bemüht ist, ihre Beine und Füße in eigener Regie in Szene zu setzen, anstatt mit mir gemeinsam den Tango zu tanzen, der in seiner Schlichtheit so ergreifend sein kann.